Herr Fürst, was hat sich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober für die jüdischen Gemeinden hier in Niedersachsen verändert? Sehr viel. Sehr viel in dem mentalen Bereich. Natürlich hat sich örtlich nichts verändert. Wir sind an den selben Stellen. Wir haben dieselben Türen. Wir haben seit dem 7. Oktober natürlich auch dieselben Fenster. Und all das haben wir vorher auch schon gehabt. Aber im Mental hat es natürlich viel verändert. Es ist doch eine erkennbare Mehrbelastung im Sicherheitsbereich. Es ist ein Angstgefühl bei ganz vielen und nicht nur alten Menschen, sondern auch bei jüngeren Menschen. Gegen das man ankämpfen muss, gegen dieses Angstgefühl. Und deutlich machen muss, es ist nicht mehr passiert hier in Deutschland. Ihr braucht nicht mehr Angst zu haben. Wir sind hier nicht in Israel. Wir haben nicht den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Wir leben in Deutschland in einem gut bewachten Land mit einer guten Polizei, mit guten Sicherheitsbehörden. Aber diese Angst, aus den Köpfen der jungen Leute und auch der älteren Menschen rauszukriegen, ist nicht so einfach. Ist denn auch mehr passiert in dieser Zeit an Übergriffen an erkennbarem Antisemitismus, außer jetzt subjektiver Angst, die verständlich ist? Ja, natürlich ist das, was hier auch heute schon erörtert wurde, erkennbar im gesamten Raume. Sprich also, es sind mehr diese Beleidigungen, Verunglimpfungen, die so in die Richtung Israel gerichtet sind und die auf die Juden in Deutschland bezogen werden. Man sucht also diese Ausflüchte. Das, was man früher nicht gewagt hat zu sagen, kann man nun natürlich sehr deutlich sagen, denn es wird ja in Israel gemacht und nicht in Deutschland. Also es sind die israelischen Juden und nicht die deutschen Juden. Aber wenn es die israelischen Juden sind, dann sind die Deutschen ja nicht so weit weg. Welchen Handlungsbedarf sehen denn jetzt die jüdischen Gemeinden und Verbände? Ich sehe keinen Mehrbedarf. Ich sehe den selben Bedarf wie vorher auch schon, den ich seit Jahrzehnten eigentlich schon immer deutlich mache und den ich seit Jahrzehnten fordere. Nämlich, wie kommen wir an die Kinder ran, wie kommen wir an die Jugendlichen ran, wie kommen wir jetzt natürlich seit einigen, seit 20 Jahren, sage ich mal, an die Flüchtlinge ran, aus den anderen Ländern, aus der Sowjetunion, aus Syrien, aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten. Wie kommen wir an diese Personen ran? Und das können wir nicht durch Strafgesetzgebung, das können wir nur durch Erziehung. Die Erziehung, die anfangen muss, bei den meisten geht es nicht mehr in der Familie, dafür ist es schon zu spät. Die Familien sind ja schon einseitig indokriniert, aber das können wir in der Schule versuchen oder später vielleicht an der Universität. Aber da müssen wir ansetzen heute und nicht bei der Strafgesetzgebung. Was sollte jetzt eventuell die Politik, gerade auch in Niedersachsen, noch tun? Tut sie das, was nötig ist oder ist da noch eine Nachschärfung nötig? Also wir leben in Niedersachsen durchaus in einem Land von Milch und Honig, das muss ich wirklich hier sehr deutlich sagen. Das hängt auch großenteils mit meinen persönlichen Verbindungen zusammen. Wir haben, oder ich habe große Freunde in der palestinensischen Gemeinde, wir haben eine ganz enge Verbindung zu den muslimischen Gemeinden. Das heißt also, ich glaube, diese sehr deutlich enge Beziehung führt auch dazu, dass wir weniger Ausfallerscheinungen hier in Niedersachsen haben. Es gibt kaum eine Demonstration, die sich gegen den Staat Israel richtet. Es gibt kaum eine Demonstration, die sich gegen oder für, sage ich mal, diesen Begriff vom Jordan zum Mittelmeer. Es gibt es hier nicht. Es gibt natürlich Demonstrationen, die muss man auch aushalten, die für die Persönenser sind. Warum denn auch nicht? Das muss ich als Demokrat aushalten. Und da muss ich nicht auf die Straße gehen und sagen, das dürft ihr nicht. Wie reagieren bislang, also vor allem seit dem Angriff der Hamas auf Israel, die Kirchen aus Ihrer Sicht auf die Situation und ja, auch auf die jüdischen Gemeinden hier in Niedersachsen? Die Kirchen könnten schon mehr machen. Da fehlt noch so ein bisschen die Empathie. Nun ist das Leben sehr schnelllebig und wenn wir gemeinsam heute auf die Straße gehen mit den Kirchen, bei irgendwelchen Verfehlungen, gleich welcher Art gehen wir überwiegend gemeinsam auf die Straße, gemeinsam Kundgebungen mit den Kirchen, mit den palästinensischen, mit den muslimischen Gemeinden, und umgekehrt genauso, wenn dort was passiert, dann ist das eine schnelle Angelegenheit. Und da fehlt mir doch ein bisschen die langlebigere Empathie. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Vielen Dank.